Hallo und willkommen zurück zu Let's Play My Quill und wir machen weiter bei unseren schönen Häuschen Ach, jetzt müssen wir uns ein paar neue Steinchen holen Wir haben auch ein paar Wir legen jetzt nur die Pfeile und Co ab Ne, 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 da untersteh ich nicht Möglichkeit die Pfeile und die Pfeile und die Pfeile und die terreifische die Pfeile und die Pfeile Und wir haben hier ein bisschen mehr überstehen. Und wir haben hier ein paar Millionen. Ah, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Auch schon zwei Stacks, wow. Wo haben wir die Bones? Auch schon ordentlich. Wir haben auch schon ganz schön eingesammelt, das ist super. Sollte Malerals. Sollte Malerals. Wir haben echt keine Steine mehr. Tut mir jetzt im Herzen leid, aber... Wir werden jetzt mit dem Herzen leid, die Kuhne... Ich sehe, dass man heute treffe, die kann man draußen hinpflanzen. Ich sehe, dass ich das nicht so gut bin. Das ist ein Schöneuton. Kleine schöne Separation hier. Oh die Schleuchten sind ein bisschen besser alles. Aber wir finden das ein bisschen, das wir ausprobieren. Ja, das ist mir ja hier, super. Dann steht unser Glashaus, lassen wir ihn noch weiter bauen. Werden aber noch einige Kaktusse. Wo sind die restlichen Kaktusse? Wie sind es ein Kaktuspferd noch? Einfach weg. Das ist ein Kaktusse. 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 Und schön ernten. Das ist ein Kaktusse. Das ist ein Kaktusse. Das ist ein Kaktusse. Vielen Dank. Oh, no, oh, no, oh, no. Oh, no, oh, no, oh, no. Okay. I have to fucking look at that. I have to fucking look at that in because. Oh, nein! Woher kommt die mysteriouses Hellig? Woher kommen die? Alles weg, alle Kürbispflanzen weg. Oh, ich kriege ein so viel. Ach, die sind aber wohl alle noch. Es ist hellig da, da ist Spunk, Viper ey. Alles weg, die sind. so ein paar Küchen 2-3 Babyküchen noch machen dann noch ein paar Schicken hier durchsuchen 4-3 Babyküchen 4-3 Babyküchen 5-3 Babyküchen 5-4 Babyküchen 5-4 Babyküchen 5-4 Babyküchen 5-4 Babyküchen 5-4 Babyküchen 1 6 3 da heute wurde bei ihr Sitzschmalstück Zudem Bedenken Zudem 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 er liegt da aus dann machen wir noch das, das, das dann können wir die Püte irgendwo anders da, Pütefippen machen wir doch das wollen wir haben oh, das sind unsere Schuhe auch schon fort ja, jetzt können wir noch ein paar Eierchen abholen die legen hier fleißig ihre Eier ein Stück wird das, super und zwei Stacks Eier war der Jank Glück reicht das ist eigentlich alles für E-Tems geben wir alle Domenchen gesehen Notenflecke ich habe meinen ganzen Minecraft-Leben noch nie gebaut oder noch nie irgendwie hergehört ich habe ihn noch nie benutzt vielleicht wäre ich irgendwann mal ein Notenflecke gebaut in demnächst ich weiß nicht mal ob man die gebaut ja, da finde ich bestimmt nicht raus ich habe ihn nie gebaut und jetzt bohren irgendwie um 19 oder 20 Leute das habe ich auch noch nie gebaut das habe ich auch noch nie gebaut Rotsteinfacke zweimal Rotsteinfacke hä? einmal eine dunkle und einmal so eine helle, hä? keine Ahnung Pilze haben sie aufgeführt wow Silberfischstow 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 ich weiß nicht Pilz ist das alles? Endportal? ich weiß nicht das ganze bin ich nämlich das ganze war Milch das ganze war den zwei das ganze verschieden naja das alles ist für ich das habe ich auch mir was er auf der Superflachen wird, aber da findet man ja so tausenden. Ah, hier haben Braunschweig auch noch nie gebaut. Ah ja, stimmt ja, ich habe ja den Clay-Solidium, den kann ich euch mal zeigen. Ich zeige euch mal den Clay-Solidium. Den zeige ich euch mal noch. Und zwar ist es folgendes, wir haben hier unser Clay-Solidium. Ich habe die zu behaften, ich zeige es euch einfach mal so. Dann setzen wir hier hin und dann laufen die Leute hier rum und bauen scheiße. Und die Dinge, pop, können wir sie einfach wieder einsammeln. Wirklich viel schnell, bevor die wieder scheiße bauen. Wirklich viel schnell, bevor die wieder scheiße bauen. Aber was ich brauche, können wir ihn auch wegschmeißen. Zack! Die Brüder sind auf dem Weg. Nun, das ist jetzt meine Zeigteile. Aber ... Moment... Drei Stacks sind zwanzig. Da kann ich bisschen was bauen. Halt auf dem Dach machen. Dann auf zu unserer Bude. Im Morgen braun brechen wir auf. Und los geht's. Das ist kein Enderman. Da kann man das Fleisch fressen. Scheiß drauf. Die Nebenwirkungen. Ich will auch Kühe. Jetzt wohnen die doch noch irgendwo. Oh, ich sehe Cola. Wenn wir keine Kohle mehr haben, ist Kohle sehr wichtig. Gewohnen. Die Amantstensacke. Die Welt. Die Welt. Die Welt. Das war ähnliches. zack, 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 zack. das ist schon ein bisschen unser Haus, das muss man gerade bauen. Ja, ich werde das irgendwie. Der Ausstieg ist ganz schön anstrengend, und da ist es, unser Haus. Der Ausstieg ist ganz schön anstrengend, und da ist es, unser Haus. Der Ausstieg ist ganz schön anstrengend. Der Ausstieg ist ganz schön anstrengend. Der Ausstieg ist ganz schön anstrengend. Das wird nicht reißen. Das wird nicht reißen. Der Ausstieg ist ganz schön anstrengend. 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 Aber das ist ganz schön anstrengend. Der Ausstieg ist ganz schön anstrengend. Oh, no. Fackeln hin, dass ein bisschen frisch geleuchtet ist. Und noch mal eine der Mitte her. Hier auch noch mal so eine der Mitte rum. So. Hier aber noch so ein Stück. Ich glaube, dass alles kleid werden muss. Naja. Ich glaube, dass alles kleid ist. Ja. Ich glaube, dass alles kleid ist. Ich glaube, dass alles kleid ist. So. Ein bisschen feilen. So. 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 Ich glaube, dass alles kleid ist. So. Dann schmelzen wir noch einmal ein, wenn wir jetzt den Kohle hier finden. So. 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 dann kommen wir mal ein ja 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 Endermann, wo ist der? Wunderschön, danke, Herr Jeno. Dankeschön für die Eier. Wunderschön, danke, Herr Jeno. Wunderschön, danke, Herr Jeno. Wunderschön, danke, Herr Jeno. So wie man es ganz folgt ist. So wie man es ganz folgt ist. So wie man es auch wieder an. So wie man es ganz folgt ist. Okay, ich werde es mal durchbrennen hier und dann sehen wir es vielleicht wieder. Okay, der Uhr ist fertig. Oh Gott, da ist Torantula. Tartula macht von der Feldweg. Tartula geht jetzt ein paar mit einer kleinen Spitzack kaputt über Koppio Shetty. Wir wollen Shetty, Braten. Wünsches Tartula. Danke für den String, den du noch mal drattest. Oh Gott, das ist so ruhig, das fährt ja nicht. Das ist zu ruhig. Nehmen wir den zu mir. Hm. Oh Gott. Ich reiche das jetzt ganz richtig durch. Und fertig. So. Und fertig. das Dach komplett rower gezogen hier, sieht dann schlecht aus, zum restlichen mache ich den jetzt boten. Ah, weiß ich ob ich das jetzt aus Holztreppen machen soll, oder normal nicht, glaube ich jetzt mache ich ein paar Leitern erstmal, auch, wo geht es nach oben, wie geht es sich an, nach oben zu gehen, wo ist es eigentlich in der Mitte ist, aber wie baue ich jetzt hier oben weiter? So, ich weiß es echt nicht jetzt. Jetzt habe ich doch hier oben ein kleines Häuschen gebaut, aber wie baue ich jetzt weiter? Auf jeden Fall, mal kommen muss ich jetzt dran bauen, auf jeden Fall. Und zwar in diese Richtung. Jetzt war es so was unklares ich runterfühlen. Es war mir so was unklares ich runterfühlen. Ich weiß nicht, ob wir uns verglasert irgendwann, wenn wir dort ein ganz Netapodal hier gebaut haben. So viele Sachen jetzt schön machen müssen. ? Aber was ist zurück zu. Also einfach mal schauen, ich habe jetzt runterfühlen. Oh. Okay. Und das hin. Es ist da. die leitung auch nicht das wichtigste wohnung was aborten da die Uhrzeit wir fällen diesen Baum im Namen der Königin von Englund uns in der Tat in der Kirche und mit dem mit dem Da hat er irgendwie die Nötig lehrer und so schön viele Äpfel hergekriegt, wenn man so einen Baum gekürt hat. Dann hat er nur 2-3 Äpfel und reiflohene pro Baum. Oder mal ein Zeppelin. Oh ja, Fehler! Er hat auch ein Zeppelin. Hier wieder genauer. Hier haben wir keine Nötig die Nötig. Die Nötig sind nicht zu einer der Nötige Säge. Diese Nötig ist nicht ein Zeppelin. Oh gut, ich mache jetzt mal hier und kurz ein Cut, bis zum nächsten Mal, tschüss.